Hallo die Damen und Herren, willkommen zurück zu einer neuen Folge Sekiro Shadows Die Twice. Ihr seht hier gerade mal ganz kurz ein Item in Aktion, was ich bisher noch überhaupt nicht benutzt habe, weil wozu denn? Bitteschön, und zwar das Nachtschwalbenfernrohr. Es eignet sich aber jetzt gerade sehr gut dafür, hier einfach mal zu gucken, was mich da unten erwartet. Und ich sehe, da hockt schon wieder einer. Ja, es ist entweder ein NPC oder ein Gegner neuer. Und es sieht nicht so aus wie jemand, den ich schon mal bekämpft habe. Hier scheint alles frei zu sein. Hier muss ich ganz offensichtlich runterspringen. Okay, äh, 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 jetzt. Ich habe zwar gesagt, runterspringen, aber noch nicht jetzt. Ja. Äh. Who the fuck hat mich jetzt schon... Ey, ihr seid doch alle wahnsinnig. Ihr seid doch alle wahnsinnig. Alter. Greifen die mich jetzt schon an? Ja, ich habe, ich habe jetzt schon, ich habe jetzt schon riesig Bock drauf, weil ich habe irgendwie so das Gefühl... Schlangenauge Shira Fuji hier. Oh, das war so ein nicht-plugbar-Hangriff. Ich verstehe. Na, wie gefällt dir das? Na, wie gefällt dir das, hä? Ich habe keine Haltung mehr. Oh, ich habe in den Abgrund gesprungen. Alter, das ist aber auch eng dort. Ey, ich bin da... Geht sie weg? Geht sie nicht. Alter, ey, was bist du denn für eine Schlampe? Verdammte Scheiße, noch eins. Tut mir leid, dass ich so rumfluche, aber... Ach ja. Genau aus dem Grund habe ich letzte Woche nichts aufgenommen. Ja, tut mir nochmal leid, dass letzte Woche nichts gekommen ist, aber wirklich, ich war... Also, jetzt momentan bin ich immer noch ein bisschen pissig, aber letzte Woche war ich wirklich komplett im Arsch, was Motivation angeht. Und ihr seht hier auch, warum... Wartet mal, wenn ich jetzt mit Anlauf hier ranspringe, komme ich da vielleicht... Nein, komme ich nicht. Komme ich nicht. Ich sehe, ich sehe nämlich jetzt schon kommen, jedem, jedem, dem die Bogenschützen aus Arnolondo ein Begriff sind, äh, der wird wissen, was ich hier jetzt schon wieder kommen sehe. Nämlich nichts Gutes. Nein, ah, fuck, ey. Okay, also Ishimonji dauert zu lange, da greift sie sofort an. Geht also doch eher... in Richtung... Haltung brechen. Ich habe übrigens nur so am Rande ein kleines bisschen meine Fähigkeiten verbessert. Genauer gesagt habe ich ein neues Shinobi-Tool, und zwar eine Art Abwehrschirm, der... der praktische Angriffe-Appell. Ich weiß ehrlich gesagt allerdings gar nicht mehr, wo ich dieses Tool mal gefunden habe. Nein, ich bin doch weggesprungen. Shira Fuji. Den Namen merke ich mir. Gott, als Willen, ey. Ja, und ich glaube, genau so wird dieses Tal jetzt. Das sind einfach Scharfschützen, die dich aus tausend Kilometern Entfernung schon aufspüren, die, selbst wenn du sonst was für Flickflacks und so schlägst, immer wieder treffen. Das Ganze hier noch auf engstem Raum, also wo du sowieso nicht ausweichen kannst. Es wird garantiert lustig werden. Die hier, die scheint... Es ist echt nicht gut, wenn ich die Nishimanji hier einsetze. Verpiss dich. Ah, Alter. Ich habe übrigens die... Das sehe ich jetzt gerade. Ich habe die Glocke noch an. Ich habe die Dämonenglocke vom, äh, Sempo-Temple an. Weil ich hier ein bisschen mehr Loot und Bolt wollte. Könnte halt auch daran liegen, dass es gerade... Nicht so easy ist. Und sie nimmt aber auch kaum Schaden. Seht ihr das? Sekunde... Also das heißt, das ist wieder so eine, wo du einfach nur... Sekunde... Das ist wieder einer... Oh, Moment. Kann ich die... Ich habe das Subimaru verbessert. Oh, Leute. Man kann sie echt vergiften. Na, schade. Checkt das immer nicht, was sie macht. Und dann kann ich euch mal das hier zeigen. Das ist jetzt der Abwehrschirm. Kann mir mal bitte jemand sagen, wo ich das herhabe? Nein! Ah, fuck. Ich konnte mich nicht verbewegen. Also man kann sie vergiften. Das wäre definitiv eine Variante, worauf ich gehen müsste. Eventuell, weil sie ist ja mit so komischem... Sie hat ja nur Stoff an, sag ich mal. Könnte Verbrennen noch eine Variante sein. Aber das ist halt auch... Göttliche Hilfe interessiert mich ehrlich gesagt gar nicht. So. Ne, den macht ich immer zuerst und ich fall immer wieder drauf rein. Okay, die erste. Erste Strategieänderung, sich nicht mehr von diesem komischen Grab-Angriff treffen lassen. So, und jetzt... Komm schon. Alter. Dreimal geblockt, dreimal durch den Block durchgetroffen. Easy. Das war der erste, aber halt leider auch nur der erste. Warm. Warms. Ja, komm, komm, mach doch! Mach doch! Jetzt, danke. So, Gift hat gewirkt. Eine Gebetsperle. Oh, nicht runterfallen, bevor ich deinen Loot habe. Danke. So, äh, wollen wir uns jetzt mal ganz kurz beruhigen. Äh, also einmal. Ich habe den geladenen Schirm. Der sieht so aus. Äh, erinnert ein bisschen, finde ich, an die Hüte... ...der, äh, Ratten. Ne, die wir können ja auch als Schild einsetzen. Und der blockt, soweit ich weiß, jetzt alles ab. Allerdings verbraucht, glaube ich, jedes Blocken, also jeder Angriff, den der abfängt, Geistembleme. Aber wie das genau funktioniert, weiß ich jetzt noch nicht, weil ich ihn noch nicht eingesetzt habe. Ich war nur beim Bildhauer zum Verbessern meiner... Achso, Sekunde, ist hier unten noch was. Äh, zum Verbessern meiner Prothese. Und, weil ich habe jetzt auch das Phantom-Kuh rein. Ähm, und habe da praktisch dann gemerkt... Ach, guck mal, ich kann ja eine neue Prothese herstellen. Ich weiß echt nicht mehr, wo ich diesen Schirm her hatte. Ansonsten... Alter! Es ist einfach so lächerlich. Von irgendwo her. Ich meine, klar, okay, das ist halt das Thema dieser Gegend. Aber es ist ein nerviges Thema. Dann habe ich freigeschaltend die Luftkampfkünste. Das bedeutet, ich kann jetzt zum Beispiel... Sekunde, ich zeige es euch gleich, den hier machen. So. Ne, das wollte ich nicht. Also hoch... Also blockend hochspringen. Und dann diesen... Na gut, man sieht es jetzt hier nicht in der Enge. Äh, den Ishimonji praktisch aus der Luft machen. In der Luft das anfangen und dann mich so mit dem Schwert auf Leute runterstutzen. Ich müsste, glaube ich, den Run machen, oder? Run for it! Oh! Das habt ihr doch geplant, ihr kleinen Mistratten. Na, komm, halt dich fest. Also ja, ich kann jetzt praktisch... Also solche, solche... Diese aktivierbaren... Diese aktivierbaren Kampffähigkeiten kann ich jetzt also auch in der Luft, äh... benutzen. Und... Was mir das bringt, weiß ich noch nicht. Ich habe es eigentlich nur gemacht auf dem Weg in diesen Shinobi-Fähigkeiten. Und da kann ich das von hier aus zeigen, oder brauche ich da eine... Ich brauche dazu erstmal eine Statue. Okay. Äh, damit ich praktisch auf diesem... Auf diesem Skill-Tree ein bisschen weiterkomme. Und die Kampffähigkeit einsetzen kann, die man dort bekommt. Hätte das jetzt irgendeinen Sinn, wenn ich hier unten nochmal ganz gut gucke. Ne, außer, dass... Dass mich da oben schon wieder Leute sehen. Ja, ich sehe euch. Ne. Im richtigen Sinn hat es nicht. Also es gibt kein Item, was ich hier verpasst habe. Das... Das wollte ich noch lernen. Dann habe ich, wie gesagt, dieses verbesserte Sublimaru. Also das Gift... Die Giftklinge da. Die verbesserte Havill. Kann ich hier... Aha! Das habe ich auch noch nie gemacht. Da oben ist auch noch einer, oder? Ha! Sind wir... Ist das jetzt die Kanonenfestung schon? Ne. Ansonsten war ich nochmal im Hirata anwesen und habe... Bin dort in dem Teich getaucht. Da waren tatsächlich auch noch ein paar Schatzkarpfen. Bist du gerade? Kann ich hier hochkommen? Ja. Okay. Das ist da weg. Müsste hier nach und nach fertig machen. Und mit den Schatzkarpfen-Schuppen habe ich mir einen Teil dieser Maske gekauft. Mit dem man ja Fähigkeitspunkte in Angriffsstärke dann umwandeln können soll. Ja. Was? Er hat mich halt trotzdem mitgekriegt, ne? Der Sack. Okay. Yo! Schade, ich hätte den auch manipulieren können. Alle hier sind zwei von denen, scheiße. Moment. Dann machen wir jetzt einfach mal folgendes. Ich gehe jetzt erstmal mal weg hier. Und hoffe, dass die mich ganz schnell vergessen. Na? So ist... So, und jetzt übernehme ich die nämlich. Du hast jetzt ein gewaltiges Problem. Aber ich muss aufpassen. Ich kann nämlich auch noch von dem getroffen werden. Schwarz. Wot, das hat doch gereicht. Na, komm. So. Oh, schade. Ah, wir sind drin. Ich habe auch nur noch eine Heilung. Das ist nicht so geil. Hi. Wer bist du? Wer immer du bist? Du bist jetzt meine Marionette. Du bist jetzt meine Marionette. Ich glaube... Was hatten die in der Hand? So eine Art... Zepter? Und eine... Eine Kerze. Würde mich nicht wundern... Wenn die Feuer speilen könnte oder so. Okay, also hier scheint keiner mehr zu sein, sonst wären die ja irgendwie angesprungen. Folgen die auch ein Stück, deswegen gucke ich mal weiter vor, ob hier noch Gegner sind, die die aufs Korn nehmen könnten. Und ich höre schon wieder was glänzen. Also hört ihr das? Also da kommt manchmal, wenn man gerade, wenn man so in Höhen reingeht, kommt manchmal so ein Geräusch, wie wenn was glitzern würde. Irgendwie so ein... Ich kann es gerade schwer beschreiben. So, da unten sind Geist-Embleme. Allerdings sind halt hier in der Dunkelheit immer auch... Also oft zumindest auch diese... Diese... Äh, Kopflosen. So, hier kann ich es euch jetzt mal ganz kurz zeigen. Das hier habe ich, äh, also mir freigeschalten. Flugkampfkunst. Ich habe übrigens im Dorf Mibu ein bisschen gefarmt und gelevelt. Ähm, ja, wie gesagt. Ich kann Kampfkunstkün... Kampf... Kampf... Kampfkünste. So. Kampfkunstkünste wollte ich jetzt irgendwie gerade sagen. Ich weiß auch nicht, wie ich auf das Wort komme. Ähm, kann ich jetzt praktisch auch in der Luft ausführen. Ich glaube, das bezieht sich auf die Dinger hier. Also ich würde jetzt mal behaupten, weil so ganz normal zuschlagen konnte ich ja eigentlich schon die ganze Zeit in der Luft. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, die Dinger kann ich jetzt auch in der Luft ausführen. Was bestimmt neue taktische Möglichkeiten eröffnet, die ich niemals nutzen werde. Aber das ist ja auch nicht so schlimm. Ich werde hier allerdings jetzt noch nicht rasten, auch wenn es ratsam wäre. Sondern mich lieber hier nochmal umgucken, ob ich jetzt hier auch wirklich alles habe. Die meisten Gegner dürften tot sein. Ja, und wie gesagt, diesen einen Maskenteil habe ich mir jetzt geholt. So, und das jetzt. Ach, sind das... Ach, guck mal. Das sind Fallen. Da kann man... Wenn man da drüber läuft, dann explodiert das. Hier. Ich glaube, wenn hier noch jemand am Leben wäre, hätte der das auch mitgekriegt. Oh, Sekunde, da unten ist was. Habe ich doch noch was entdeckt. Hallo? Ach so, das ist nur ein Gegner, der hier liegt. Aber hier könnte ich ihn rennen. Aber ich glaube, das ist auch nur zum Retten, wenn man hier runterfällt. Naja. Äh. What the fuck is that? What the fuck? Die hängen hier, die sind... Okay. Ja, grausame Todesstrafen hier in der Kanonenfestung. Leute werden... ...mit einem riesigen Nagel durch den Rücken an die Decke ge... ...gepinnt. Oh Gott. Hier unten kann man sich offensichtlich noch weiter schwingen. Hm. Ich meine, ich bin erstmal froh, dass ich es geschafft habe. Hier. Und hier könnte ich weiter. Wirklich sehr interessant. So eine Art geheimer Weg. Hätte ich die alle umgehen können? Also hätte ich direkt gleich von hinten kommen können? Ja, wenn ich jetzt hierher gekommen wäre. Aber da stand ja dann hier die Wache, ne? Da hätte die mich dann gesehen. Die hat dann bestimmt einfach nur den Hintereingang bewacht und hätte Alarm geschlagen. Und hier ist wirklich nichts mehr. Auch hier oben nicht. Da ganz oben. Hier geht's nicht weiter rauf. Okay. Ist das, was ich mich die ganze Zeit frage? Wer sind die Typen eigentlich? Ich meine... Oder genauer gesagt, wer ist hier überhaupt wer? Weil... Kuro ist der Drachenerbe. Aber der Drachenerbe scheint nicht der Anführer dieses Reiches hier zu sein. Sondern der Drachenerbe scheint letzten Endes nur... Ja... Ich sag mal, vielleicht eine religiöse Bedeutung zu haben. Und Isshin ist der... Richtige Anführer. Der politische Anführer, wenn man so will. Bin mir ziemlich sicher. Ich könnte wahrscheinlich auch hier runterspringen und vielleicht wäre da dieser eine Kopflose, den wir schon mal gefunden haben. Den ich aber nur ungern machen möchte. Aber ich wage es jetzt mal. In der Stadt ist ein Rast, der ich. Damit ich wieder volle Heilung habe. So. Und diese ganzen Soldaten, die hier rumlaufen... ...gehören zu wem? Zu diesem Ministerium. Weil dieser eine Tenko hat ja gesagt, hier das sind das Ministerium und seine Ratten. Und Genichiro hat ja auch irgendwie gesagt... Oh lol. Scheiße. Wieder so einer. Ja, dich kenne ich schon. Bam. 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 Bist du eigentlich jetzt? Boah. Alter, er greift noch weiter an. Bam. 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 What the fuck war das für'n Vieh? What? W-W-Wa- Was zum Teufel hab ich da gerade bekämpft? Hieß der echt Giraffe? Hab ich das gerade richtig gelesen? Irgendwie langarm... Wie war das? Langarm... Giraffe? Ich hab keine Ahnung, wie hieß das wie gerade? Ein großer Fächer? Oh lol, das dürfte doch wieder eine neue Prothese sein, oder? Oder? Auf jeden Fall war es saueinfach gerade. Der greift halt immer im selben Rhythmus an, also rastet so völlig aus und schlägt auf dich ein. Aber da ich ja mit jedem perfekten Block haufenweise Haltung aufbaue, hat er sich jetzt quasi seine Haltung selber gebrochen. Man muss eigentlich nur die ganze Zeit so die Blocken-Taste spammen. Naja, ein Fächer aus roten Aralia-Blättern wird durch Einbau in die Shinobi-Prothese zum Prothesenmodul erzeugt einen Windwirbel, der jeden wegzaubert. Oh, das, äh, das, Freunde, brauche ich für, ähm, wie auch immer der Riese hieß. Ähm, ich weiß es nicht mehr. Egal, auf jeden Fall brauche ich das Ding für eine Quest, das machen wir auch gleich noch, ja, wir haben ein bisschen, ein paar Minuten haben wir noch, da können wir das machen. Ähm, göttliche Entführung durch einen Fächer. Beim zweiten Mal bist du verloren, wirst du entführt, geh zum Berg Kongo. Im Zenpo-Tempel werden wir tugendhafte Taten vollbringen. Okay, ja, genau. Also das, das ist praktisch, das, das ist das, was er, was der meint. Was der Riese meinte. Das mit dem hier Shinobi können, können doch Leute wegzaubern, so hat er ja gesagt. Und jetzt können wir das, aber dann müssen wir erstmal zum Tempel gehen. Uns das Ding einbauen lassen und dann können wir hier, können wir das weitermachen. Der geht dann, soweit ich weiß, in die Halle der Illusionen, also wo die, wo die Affen waren. Und von da aus dann wieder wo ganz anders hin. Weiß es nicht mehr. Egal. Ich hab das halt nachgelesen, weil... Ich hab keinen Bock, hier selber rauszukriegen, wie die Quests gehen. Geht ja auch teilweise gar nicht. Yo. Ihm kann ich auch keinen Alkohol mehr geben. Ich müsste zwar noch welchen dabei haben, also hab ich hier wohl alle Dialogoptionen ausgeschöpft. Äh, wie auch immer. Shinobi-Prothese zeigen, nie, nicht verbessern, herstellen. Kann ich hier was machen? Oh ja, ich kann das Ding hier verbessern. Geladener Schirm-Magnet. Ein geladener Schirm mit einem magnetischen Mechanismus. Verbraucht Geistembleme. Schützt geöffnet vor Angriffen aus allen Richtungen. Strecke ihn beim Bewegen zum Schutz vor leichten Angriffen aus. Der magnetische Schaft macht ihn nahezu unzerstörbar. Feindliche Angriffe werden durch das Drehen des Schirms abgewehrt. Das ist eigentlich nur der stärkere... Ja, stärkere Schirm. Wahrscheinlich. Der ein bisschen mehr abhält. Das hier könnte ich theoretisch machen, wenn ich die Kohle dazu hätte. Okinagas Flammenrohr. Ja, da hast du einen kontinuierlichen... Also, das ist dann praktisch ein richtiger Flammenwerfer. Da hast du so einen kontinuierlichen Flammenschwall. Vorausgesetzt, man kann den aufrechterhalten, würde ich mal sagen. Das hier ist interessant. Hier hinten hast du da noch so heilige Geschichten. Lazulit-Axt, Lazulit-Subimaru und so weiter. Das wirkt dann halt auch auf Erscheinungen, habe ich mir durchgelesen. Also, ja, müsste man mal gucken. Ja, wir wollen das hier herstellen. Das ist halt auch die Tatsache, dass man halt so Shinobi-Prothesen, die halt gegen diese Erscheinungen wirken und so, erst später herstellen kann. Lässt mich glauben, dass diese Kopflosen vielleicht erst später eine Rolle spielen. Was ich mir da allerdings auch noch vorstellen kann, ist... In, ähm... Das ist jetzt ein kleiner Spoiler für Leute, die das nicht hören wollen. Also, nicht zur Story oder so, aber... Ähm, ja, zu etwas, zu einer Mechanik in Dark Souls 2. Da kann man im Laufe des Spiels... Äh, wo waren wir jetzt nochmal? Ich glaube, ganz am Anfang, ne? Ähm... Da kann man auf König Vendrik treffen, der dort eine Rolle spielt in der Geschichte. Und der hat eine gigantische Lebensleiste. Und man kann allerdings im ganzen Spiel Riesen finden. Und wenn man die tötet, kriegt man eine Riesenseele. Und das Ding ist, äh, die Riesenseele könnte man einfach verkaufen für riesig, äh, viele Seelen. Also die Währung in Dark Souls, ne? Oder aber man behält die einfach im Inventar. Denn das Ding ist, je mehr von diesen Riesenseelen man im Inventar hat, desto weniger, äh, Abwehr hat Vendrik dann. Hat dieser Boss, dieser spezielle Boss. Und der hat wirklich eine ellenlange Lebensleiste. Hier war kein Gegner, ne? Äh, der hat wirklich eine ellenlange Lebensleiste. Der Drache ist immer noch da oben. Ja, kann ich. Okay, dann muss ich aber erst mal ausrüsten, ne? Wäre vielleicht schon ein Vorteil. Hier. Genau, tschüss. Sieht aber schön aus. Funktioniert das jetzt auch bei anderen Gegnern? Warte mal. Hier unten war doch ein Mönch, ne? Hi. Ist auch ein Führtwerden? Das ist einfach mal ein Insta-Kill. Oder? Oder ist der jetzt auch da? Ich kann Leute verschwinden lassen. Das ist ja geil. Ich bin der große Houdini. Äh. Das ist ja voll geil. Ja, Sekiro, äh, Copperfield ab jetzt für euch. Ich kann Leute verschwinden lassen. Ich find's geil. So, und jetzt hieß es, der wäre laut Beschreibung im, nee, wichtige Orte, inneres Heiligtum. Nee, ich glaube, aber man kommt von da aus dahin. Ich weiß nicht, ob er jetzt direkt im inneren Heiligtum ist. Ich glaube, der ist irgendwann mal bei diesem göttlichen Kind hier. An einem Ende. Ganz zum Schluss. Aber vorher ist er, glaube ich, in dieser Illusionshalle oder so. Hallo? Ist er hier? Ist er nicht? Achso, um nochmal so einen Gedanken von vorhin abzuschließen, ne? So, und wer sind jetzt die Typen von dieser Kanonenfestung? Wer sind diese Scharfschützen in dem Tal? Wer sind diese Leute im Dorf Mibu? Ich glaube, ich werde das dann nochmal ein bisschen ausführlicher beschreiben, was... Was mich so ein bisschen daran stört, wenn ich dann das Spiel durch hab. Aber ich find das halt so ein kleines bisschen seltsam, dass das Spiel auf der einen Seite an bestimmten Stellen dir relativ deutlich sagt, was los ist. Und an anderer Stelle, ähm... Ja, sagt es dir halt überhaupt nichts, obwohl du es vielleicht gerne wissen würdest. Versteht ihr, was ich meine? Also, was so mit diesen Drachenerben und so los ist und mit der Unsterblichkeit? Das sah... Oh, jetzt klingt das Telefon, aber das ist so ähnlich für mich. Eine bloße Flamme im Wind. Wenn sie erlischt, wird der Ort dunkel wie eine Nacht. Ja, das waren so ein paar Tricks, die man hier anwenden konnte. Also hier... Ist es halt, wenn man die Tür da aufmacht, dann... Wird's hier halt saudunkel drin. Da ist dann der Affe, der da nix sehen, sondern nur hören kann. Aufgeschmissen und so. Aber irgendwo hier muss der Typ sein. Weiß aber nicht, ob man vorher vielleicht nochmal ruhen muss. Wenn nicht, beende ich jetzt einfach die Folge und gucke nochmal nach. Was war der hier? Hört ihr das? Immer dann, wenn ich in die Dunkelheit gehe. Jetzt nur nochmal ganz kurz, ne? Immer dann... So, hier ist jetzt hell. Wenn ich in die Dunkelheit gehe, hört man nur dieses kurze Bling. Ja, wie auch immer. Ich glaube, da aktiviert er dann hier seine krassen Nachtaugen. Wenn man genau hinguckt, sieht man nämlich, dass seine Augen leuchten in der Dunkelheit. Ja gut, wie auch immer. Ich gucke jetzt nochmal nach, wo der Typ jetzt hin ist, den ich gerade entführt habe. Also, wo seine Aufgabe weitergeht. Und hoffe, ihr hattet wieder ein klitzekennens bisschen Spaß mit mir. Wir sind doch wieder recht weit gekommen. Also, das ist immer noch das so, was mich hier in diesem Let's Play am meisten freut. Weil es ist ja nun doch kein einfaches Game. Aber wir kommen voran. Wir kommen ordentlich voran. Und das ist, würde ich sagen, viel wert. Lass mir bitte noch ne nette Bewertung da. Oder ein Kommentar. Das würde mich wirklich sehr, sehr freuen. Ansonsten sehen wir uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Hau rein. Hau rein. Untertitelung des ZDF, 2020